Ha-ha, na-na-na-na-na-na Und alles schon geht mit! Stimmung! Wo sind eure Hände? Wo sind eure Füße? Wo sind eure Zähne? Im Glas? Ach, herrlich! Jetzt haben wir mal ein Lied, wie es bei uns da so schön ist. Es stehn Gartenzwerge im Garten Vielspantoffeln, die im Flur auf mich warten Ich fühl mich daheim im Klatschmontapetendesign Doch mein größtes Glück ist ein Sofakisse mit Knick! Ja! Herrlich! Jetzt hab ich auch noch ein Strich! Bei uns in der Stube das goldbraune Kurzsofa Das ist bequem! Oh! Ein Hirschgeweih! Ma-ma-ma! Und das Foto von Opa! Hm? Vom Fritz! Am Fenster Simms Ein Plastiktackel, der fnickt! Oh! Das ist alle Gretchen! Doch mein größtes Glück ist ein Sofakisse mit Knick! Richtig! Jetzt komm die Britsch! Jetzt komm die Britsch! Pass auf! Ein Tonnen schwerer Eiche funierter Wohnzimmerschrank Ein selbstgeknüpfter Sonnenblumenwandbehang Ein vom Kalender ausgeschnittenes Ramsau-Bild Das ist es, was mein Herz so erfüllt! Wow! Wow! Das Badezimmer Gefließt in fetzigem Beecher Und zwei Handbuchhalte Fürs Gesicht unds Gesäß Für'n Bobbis Die Brieblumen Kleben am Ali-Bärtschrank Doch mein größtes Glück Ist ein Sofakisse mit Knick! Genau! Herrlich! Am schönstes! Am schönstes! Immer wieder! Daheim! Jaja! Wie ist es jetzt? Jetzt muss ich den Leuten mal was zeigen, was ich auch mitgebracht hab heute Abend Lass mich jetzt nicht so allein hier bei den vielen Leuten! Ja, das ist nämlich das Klopapiermützchen in grün, braun und orange! Erika! Super! Das hab ich schon extra so gemacht, damit's auch zu den Topplappen passt! Das hat's halt los hier angekriegt! Da haben wir daheim noch unseren Wohnzimmer-Tisch Eichel Rustikal ist ja klar, die ist 5 x 5 x 5 Quadratmeter gross! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020